Ich hab mal auch nicht freiwillig reingehen, das ist ganz ehrlich. Man sieht irgendwie, dass die Map am neuesten ist. Die sieht... Oha. Guck dir... Hör dir mal die Raumkart-Akustik an. Joa. Ist hier den Dings, den Cursed Object? Ey, hör auf. So wie vorher. Was aufhören? Mit der Glocke. Mit der Glocke? Hast du grad nicht da Ping gehört? Wird das Ping? Hä? Was? Was? Ich hör die ganze Zeit eben so ne Bimmel. Ich weiß nicht... Jetzt hör ich das nur, oder? Ich hör... Ich hör nix. Haben wir hier irgendwo... Einen Knochen oder so. Irgendwie ein bisschen Geld. Bisschen irgendwie... Ich also... Hä? Wo gehst du her hin? Wo soll das... Wo soll das sein? Komm doch... Das kommt doch grad von da irgendwo. Kann man hier durch? Ui. Nee. Aber ist das halt eben... Auf dem Boden wird die ganze Zeit wegtreten oder so? Was denn? Ich hör ganz einfach was klimpern. Ah, so bildet sich schon Dinge ein. Machen wir das. Weil ich hör was klimpern ganze Zeit. Ohne Witz. Auch Justin hört nix. Bücher... Bücherregal. Also hat keine Ahnung. Da hab ich's auch gehört. Ist vielleicht nur ne Auto? Wie so ne... Wie so ne Glocke. Jaja, wie so ne Bimmel einfach. Wie so am Empfang. Genau das hier. Zack wieder. Was ist das? Ist das vielleicht so ne irgendwie Auto wo wir hin sollen? Wurde gar nicht. Ist das vielleicht so ne... Das wär zu einfach. Ich... Das ist komisch. Alter, ich geh ja ruhig. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Wo... ich... Das ist cringe. Also ich hab das kommt von unten tatsächlich. Vielleicht von unter uns oder so. War alles hier grad da eben. Wie das... Es gibt aber keinen neuen Geist, der irgendwelche Töne von sich gibt, oder? Passt mal. Wir haben noch ein paar Robi-Coupons dabei, oder? Ist das ein neuer Geist? Ich weiß es auch nicht. Könnte ein neuer Geist sein. Mal gucken. Detail... Der hat keine Ahnung. Das ist jetzt aber nicht so ein Fluch, weil ich das nur gehört hab am Anfang, oder? Äh... Der hat gehandet. Ja, 10 ist nicht immer nur ein Hunt, ne? Also Hunten kann der nur, wenn wir drin sind. Deswegen... Also... Wenn es nen Fluch gibt, wo man... Wo man als... Wo man als Verfluch dann... Die Bimmel hört, ne? Das kriegen wir hin. Bitte was? Hallo. Hörst du mich? Hallo, Basu? Hallo? Ja, jetzt hallo. Soja, ich hab grad noch mal hier... Die Aktivierung wieder aktiviert. Äh... Ich hab gesagt... Gibt's nen Fluch? Der... Äh... Wie heißt es denn? Ähm... Der einen ne Bimmel hören lässt? Und dann ist es ein Moroi, wenn's so nen Fluch gibt. Aber auch nur... Weil ich weiß nicht, wie er das gehört hat. Das könnte ein Fluch sein halt. Wäre jetzt so ne Vermutung. A la wieso... Ist das nicht so weit unten? Ich war nicht lange drin. Äh, dafür ja. Eine Ewigkeit später. Mal gucken, ob wir jetzt irgendein Bimmeln hören. Ist ja nichts. Also, ich hab jetzt ja nichts gehört. Sag mir Bescheid, wenn du... Ah, noch nicht. Ah, hier geht's. In die Kathedrale. Das werd ich auf jeden Fall googlen. Später. Ob's so nen Fluch gibt. Ah, jetzt hab ich gehört. Ja. Du auch? Ich auch. Oh, wir haben drei Grad hier drinnen. Dann lass mal wieder rausgehen. Aber du kannst kurzzeitig direkt gerade hier drinnen. Und wir gehen... Also, wir haben die Kathedrale jetzt gesehen. Hast du abgesperrt? Tatsächlich. Und hier auch. Hä? Du bist weg denn deswegen. Wie kann ich überall hin? Du bist weg denn. Wir haben nur ganz Möglichkeiten hier hinzugehen. Tatsächlich. Was meinte ich halt? Warte, ich bin weg. Ich drück nur roll. Was ist das? Ich bin weg. Ganz ehrlich. Das ist mir nicht geheuer. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Das ist... Aber woher kommt das bitte? Das kommt gefühl von überall. Ich hör das überall. Deswegen. Ich löse mal auf. Du kennst immer noch. Was the fuck? Wie immer noch. Ich hab's grad noch mal gehört. Aber das ist richtig, richtig dumpf. Ach du hast die Bimmel in... Du Arsch, ehrlich. Du bist da im Eingang. Du hast also eine... Die holler Aufland. Du Calling. Ich denke... ich dachte mir immer anders... die stand im eingang und man konnte die hochnehmen das wird das wird sogar highlightet ich schwöre